recht herzlich willkommen zur 44. nein 54. folge von grand age medieval ja hier das müsste unser milos sein genau das ist er und dann noch mal gucken was wir machen können aber jetzt war das verkehrt ja so die los 120 110 das glaube ich gar nicht anfangen das haben wir 18 gekauft aber na lohnt sich das nicht das lassen wir mal 37 37 ja auch die kohle kriegen wir los gutes geld die keramik auch und hier 319 dann lassen wir das mal lieber 80 einkaufen das sollten wir doch mal tun oder was dürfen wir noch platz 47 47 das ist 60 das obst mit so dann wieder hoch also er mit freude müssen wir auch starten sonst wird das nix ja wir müssen einfach geld momentan machen und das werden wir halt hier versuchen also müssen erst mal verkaufen nun sieht das und sie eigentlich gar nicht lassen also gut gucken wir langsam durch macht das back 80 ist identisch den fisch haben wir und 100 gibt es dafür machen wir nur fünf weg das brauchen wir nicht ja das ist eigentlich auch nicht der rede wert genau lassen wir 324 bis die firma weg da noch zwei weg da geht nix alles verkaufen für den preis von 37 bringt uns das was nichts immer die 16 weg so einkaufen wäre hier möglich aber auch nicht so ganz so viel alles so was kommen wir noch eigentlich nix ne doch hier die 13 kann man kaufen aber drei nehmen wir nur mit hier mal 80 zähne mit ja und der rest lohnt nicht ne können wir abreisen fahren wir nach konstantinopel da rein geschaut da kriegen wir die drei für gut geld los 110 können wir ja wieder kaufen naja das kann wir noch ergänzen fisch für 70 verkaufen früchte geht auch nicht das geht auch nicht naja das wollen wir machen kann man 3 ändert sich auch nichts und hier 98 geht auch leer und dann kann man auch nicht machen konstantinopel hat sich schon erledigt dann die presse war da rein na die fälle bringt es auch nicht ich kriege mal los 30 fische weg obst gehen wir bis auf 90 das lohnt nicht das lohnt nicht hier geht was 14 davon weg hier geht auch was beide weg da kann man noch zukaufen das ist okay 50 dabei so hier können wir noch was zukaufen hier geht nicht wagenvoll ne ja okay konstant da mal rüber gucken wir dass wir da auch noch was verkaufen können oh das war nicht hier ja kriegen wir drei los fürs geld da kriegen wir ein bisschen mehr los wie drei 28 fische gehen auch das gemüse äh obst auch hier kriegen wir auch getreide los 30 steine identisch allerdings viel mehr für den preis 134 war gut zähne davon weg jetzt haben wir ein bisschen geld gemacht und zukaufen kann man hier nichts das heißt weg da gehen wir mal nach so vier wir sind hier mit den truppen und vier einheiten tschuldigung ja gucken wir was wir da noch machen können so wir müssen erstmal ihn hier wieder nehmen ist aber gar nicht der richtige sehe ich gerade jetzt ist er glaube ich weg ne ja da ist er da geht was aber auch nicht so wirklich das lassen wir mal fisch geht 16 füchte weg alles kann man machen aber bringt nicht wirklich was ne hier 73 können wir günstig noch zukaufen bis auf 300 fünf stück weg ja das ist jetzt den wagen voll machen fertig da ist es auch billiger geworden so gehen wir mal hoch 458 haben wir da jetzt auch ein konto da kommt da und dann schauen wir mal rein rot gibt es hier so wir können nicht wegen wagen voll bringt es nicht bringt es alles runter machen der fisch ist hier nicht gelangt hier geht was das ist gut so kann man zukaufen bringt es alle nicht gut ne das nicht fisch können wir zukaufen und ne das bringt es auch nicht 48 hier unten 250 ne da steigt der preis auch gleich an das heißt weg ja gehen wir mal hier da müssen wir jetzt hier aufpassen dass wir nicht hier angegriffen werden von der ruine wird wahrscheinlich passieren ne gut fisch können wir los nehmen aber auch nicht so wirklich dann lass das mal so aber getreide geht weg das ist nicht das ist auch nicht was können wir mitnehmen kohle für 48 ist eigentlich ein ganz guter preis ne oder obwohl es eben anders auch besser gibt wahrscheinlich Salz ne das war nicht dennoch da passt schon so dann hier hoch mühsam ernährt sich das Eichhörnchen heißt das ne ja da kommt er und dann können wir hier handeln ne da geht was oder Bälle lass mal der Fisch auf jeden Fall ja Mond nicht da geht einiges 143 passt hier das mal funktioniert nicht kommen dann immer ein bisschen was vier stück ist nicht der reide wert gewesen Salz nehmen wir mit 30 520 Bier 440 mal 5 und Brot auch 5 und der Rest geht jetzt nicht schon unterwegs aber wir haben halbe Million zusammen das ist was kommt da rein so Brot kann man hier gut verkaufen das auch das auch okay das nicht ganz aber einiges mal weg hier ist ja 18 hoch nur drei dafür aber ist auch okay vier neun zukaufen die haben und hier das Gemüse oder Obst und was noch hier kann man Steine nehmen solange wie es noch geht oder zack war es das gehen wir da hin ja sehr wohl ne ja ein Handel noch hier 200 ganz 10 da auch nicht ganz 8 5 davon weg auch nichts machen fällt sofort der Preis hier geht ein bisschen was 10 und da geht auch was oder 4 und hier geht auch noch was aber 5 und weg zukaufen könnte man nur hier aber das ist ist nicht so prickelnd ne ja gut okay dann würde ich aber sagen soll es für die Folge erstmal wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss das